Redukto! 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 War das nicht gerade Dumbledore? Dieser Zauberer von Hogwarts? Ach Sophie, das war doch nur unser Chemielehrer. Hier steht, das ist der geheime Eingang zu einem Verschwindekabinett, dessen Zwilling in Hogwarts steht, der Schule für Hexerei und Zauberei. In der heutigen Stunde Zaubertränke werden Sie erfahren, dass das Rezept für einen Zaubertrank nicht alles ist. Na Longbottom, bei Ihnen scheint ja noch nicht mal das Rezept angekommen zu sein. Sie haben da die perfekte Elefantenzahnpasta gebraucht. Nachdem einer der Studenten Terrorist sein würde und einfach die ganze Schule in die Luft sprengt. Vis Vitanis! Die Königin lebt. Das Herz, das seit 235 Jahren schlägt, ist in Gefahr. Wie kommen wir nun an das Herz heran, Mietta? Hier. Wir müssen unbedingt verhindern, dass Umbridge an das Herz rankommt. Ja, aber wie machen wir das bloß? Wenn wir keine Muggel wären, könnten wir sie ja vielleicht mit Expelliarmus entwaffnen. Wie wär's mit einer schönen kleinen Explosion? Oh, gute Idee. Wozu sind wir denn im Chemieleistungs-Kurs? Hier hätten wir mit außergewöhnlich seltenem Fall, dass zwei Muggel zwei Hexen außer Gefecht gesetzt haben. wo wir es heute wieder geschätzt haben. Ja.